Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Jogler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Donnerstag, den 10. Mai, habe ich mich eingefunden zur nächsten, die 25. Lesung von dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger, das uns einen Einblick in die Geschichte der Jesuiten gibt, wie ich es selber fast nicht erwartet hätte. Ich habe ja die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Ich habe Rulas of Evil gelesen, ich habe mich mit anderen Büchern mit Jesuiten beschäftigt, aber so tiefgehend, wie der Theodor Griesinger das hier macht, habe ich es eigentlich noch nirgendwo gelesen. Nun, dieses Buch in der englischen Version ist übrigens eins der Bücher, das Eric John Phelps angibt, das eins seiner Recherchebücher war, das er für sein Buch, Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends, gebraucht hat und was er Leuten empfiehlt, sich zu besorgen, aber dass es nicht mehr gibt. Und das wird sogar, meine ich, extra auf diesen CDs verteilt, die er mit seinem Buch damit beigibt. Also wenn man so ein Buch bestellt, Vatican Assassins, dann kriegt man da extra CDs mit bei und da sind dann viele von diesen verborgenen Büchern bei, unter anderem eben das auch von Griesinger, aber halt in der englischen Version. Ob das Band 1 und 2 ist, weiß ich jetzt nicht. Ich lese ja hier jetzt erstmal Band 1 und danach halt beschäftigen wir uns dann mit Band 2, wenn das hier durch ist. Aber das ist auch eine Sache, das habe ich eigentlich erst später erfahren oder früher erfahren, aber das habe ich gar nicht berücksichtigt, weil mich hat im Grunde der Titel beeindruckt. Und ich bin jetzt in der 25. Lesung auf Seite 250 in dem PDF und ich muss ehrlich sagen, dass die tiefgehende Recherche, die der Griesinger hier angestellt hat, weil man sieht ja, wie gut das dokumentiert ist, teilweise an den Fußnoten, das hat mich wirklich überrascht, dass man da so wahnsinnig viel von lernen kann, von dieser Geschichte der Jesuiten. Obwohl man schon, wie ich ja, nun nicht gerade ungebildet ist mit der Geschichte der Jesuiten. Aber wie gesagt, freut mich unglaublich und vor allen Dingen, wenn ich dann halt sehe, dass das Kapitel, in dem wir jetzt sind, die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und den angrenzenden Ländern knapp 60 Seiten beschlagnet. Das ist natürlich auch etwas sehr Schönes, dass man merkt, dass der ursprünglich aus Deutschland stammende Karl Theodor Griesinger sich dann in Deutschland besonders intensiv, gemessen an der Anzahl der Seiten, die er dafür verwendet, mit der Machtstellung der Jesuiten in Deutschland beschäftigt. Finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht weiter groß eine Verzögerung haben. Ich habe das Video soweit vorbereitet, dass wir da jetzt direkt reingehen können. Wie gesagt, das ist ja das zweite Kapitel, die Machtstellung der Jesuiten in Deutschland und in angrenzenden Ländern. In dem Teil lesen wir jetzt, in Teil 25. Wie ich das Video selbst nenne, das werde ich dann sehen, wenn wir unsere Lesung hier machen. Und ich habe das PDF hier aufgeschlagen auf Seite 253 im PDF. Im Buch ist das natürlich ein anderer Zähler. Im Buch ist das Seite 235. Aber wir lesen ja aus dem PDF hier vor. Den ersten Absatz hatten wir letztes Mal gelesen, wo halt die verschiedenen Kollegien von Seminarien und Residenzen, Kollegien, Seminarien und Residenzen, sowas richtig, damals installiert wurden. Wir sprechen hier über das Ende des 16. Jahrhunderts. Bis einschließlich 1589 ist wohl das älteste, 96 ist das älteste in Paderborn. Wo wir dann halt festgestellt hatten, wie weit nördlich die Jesuiten jetzt schon vorrücken. Paderborn und Hildesheim und Münster. Das liegt ja heutzutage alles in mehr oder weniger, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Und da sind sie ja schon ein bisschen weit raus aus Württemberg und Baden und Bayern vor allen Dingen, was ja die Hochburg der Jesuiten war. Also in dem zweiten Absatz hier auf Seite 235 fahren wir fort mit der Lesung heute. Wir sehen also hier raus, sagt der Autor, dass die Jesuiten in wenigen Jahrzehnten recht tüchtige Fortschritte machten obwohl allerdings keine solchen wie in Spanien, Italien und Portugal. So, ihr müsst mich eben mal entschuldigen. Ich will noch eine kleine Sicherheitsaufnahme machen, weil man weiß ja nie, ob da irgendwas schief geht und deswegen lasse ich hier den MP3-Recorder nochmal mitlaufen. So, auch machten sie diese Fortschritte keineswegs ohne Kampf und Streit, denn die jeweiligen Stadtbehörden sowie auch sehr oft die weltlichen Geistlichen nebst den Domkapiteln pflegten ihre Sesshaftmachung alle nur irgend erdenkbaren Hindernisse in den Weg zu legen und nicht selten wurde sogar die Höfe des Kaisers als der letzten Instanz im Deutschen Reiche in Anspruch genommen. Allein, wenn es so weit kam, durften die Jesuiten, wenigstens so lange Ferdinand I. regierte, stets auf eine günstige Entscheidung rechnen. Und selbst dessen Nachfolger und Sohn, Maximilian II., der regierte zwischen 1564 und 1576, war ihnen nicht gerade entgegen. Also, ja, war ihnen nicht gerade entgegen. Das ist nur wirklich eine deutsche Art und Weise. Da würden wir heute ja ganz anders schreiben. Also, er war nicht gegen sie. Er kam ihnen entgegen. Er war nicht gegen die Jesuiten. Dieser berühmte Monarch, Maximilian II., huldigte nämlich mehr als irgendein Habsburger vor und nach ihm dem Grundsatze der Duldsamkeit. Und wenn er daher seinen protestantischen Untertanen vollkommen freie Religionsübung gewährte, so dachte er aus demselben Grunde auch nicht entfernt daran, die Existenz der Sozietät Jesu irgendwie zu gefährden. Er wollte vielmehr gegen alle und jede gleichmäßig gerecht sein. Und darum erwiderte er den österreichischen Ständen, welche, sie waren fast durchweg protestantisch, anno 1566 die völlige Vertreibung der Jesuiten aus dem Erzherzogtome verlangten. Zitat Das sei Sache des Papstes. Ihm liege es ob, die Türken nicht aber die Söhne Loyolas zu vertreiben. Ende Zitat Kann man nun aber selbst die Regierungszeit Maximilians II. keine für den Orden Jesu ohne weiteres ungünstige nennen, wie viel weniger wie die seines Nachfolgers Rudolf II., der von 1576 bis 1612 regiert. Das ist eine ziemlich lange Regierungszeit, wenn wir hier rauslesen können, dass er nicht besonders den Jesuiten gesinnt war. Dieser Monarch war ja auf den besonderen Wunsch seines hohen Verwandten des Königs Philipps II. von Spanien vom 12. bis zum 20. Jahre in Madrid erzogen worden. Und man kann sich also wohl denken, wie die an jenem Hofe herrschenden Jesuiten erst verstanden haben werden, auf den ohnehin schüchternen, schwachen und unselbstständigen Prinzen einzuwirken. Also er war total Wachs in den Händen der Jesuiten, nicht was ich hier gerade dachte. Sie bekamen ihn ganz in ihre Gewalt und wie sie seine Jugend lenkten, so führten sie ihn, den Pater Lorenz Magius, an der Spitze, auch im Mannesalter und während seiner ganzen Regierungsperiode am Gängelbande. Demgemäß schenkte er ihnen gleich nach seiner Thronbesteigung anno 1580 das vakante St. Angenkloster in Wien mit all seinen reichen Besitzungen. Deswegen bedachte er anno 1581 das von dem Bischof Wilhelm Prusinowski von Ritzlova zu Olmutz gestiftete Jesuitenkollegium mit großen Vorrechten und eben deswegen ließ er es sich angelegen sein, in Brünn in Mähren eine weitere Jesuitenkolonie ins Leben zu rufen. Deswegen unterstützte er die Bemühungen des Ordens, sich in Glas in Schlesien sowie Turotsch in Ungarn anzusiedeln und verwarf alle desfalls von den Ständen Schlesien und Ungarns geführten Beschwerden, obwohl diese die unstadthafte Weise, wie sich die Jesuiten ins Nest setzten, genau nachwiesen. Eben deswegen aber machten auch die Söhne Loyolas dem erhabenen Gönner keine Vorwürfe, wenn er die verschiedenen Damen des Hofes die Gnade vor seinen Augen fanden und er stieg dabei bis in die untersten Schichten herab, oft mit brutaler Gewalt zu seinen Buhlerinnen presste, sondern sie ermunterten ihn vielmehr in diesem seinen Wüsten gebaren und verstanden es sogar, seine Augen gar oft auf neue Reize zu lenken, wenn sie sich von deren Inhaberinnen besondere Vorteile versprachen. Also ich dachte gerade am Anfang den Satz so verstanden zu haben, dass dieser Rudolf II. gegen die Jesuiten wäre. Ne, ne, ne. Der war totales Wachs in ihren Händen. Von Kinds an jesuitisch erzogen und kontrolliert. Ja, dem kann man selbst natürlich keinen Vorwurf machen. Man kann ja immer nur das wiedergeben, was man auch gelernt hat. Doch mit der Gründung von jesuitischen Kollegien und mit der Erwerbung von Niederlassungen in den ganz oder halb katholisch gebliebenen Territorien Deutschlands wurde das große Ziel, welches sich die Söhne Leolas gesetzt hatten, keineswegs erreicht. Denn trotz dieser Kollegien und Niederlassungen blieben die Deutschen in ihrer überwiegenden Mehrzahl noch doch protestantisch. Und solange dies der Fall war, konnte auch von einer eigentlichen Machtstellung des Ordens im Römischen Reiche keine Rede sein. Es mussten vielmehr Bekehrungen im Großen erfolgen, wenn etwas Erkleckliches zustande gebracht werden sollte. Und um diese anzubahnen, musste man es vor allem dahin bringen, dass das bisherige freundschaftliche Zusammenleben von Protestanten und Katholiken ein Ende nehme. Ja, das ist jetzt wunderbar, dass wir das hier jetzt gerade eben mal lesen. Jetzt kann ich nicht anders. Ich muss mir mal eben eine Sache öffnen hier auf meinem Computer. In den Herrscher des Bösen. Mal eben sehen, ob ich das hier habe. Ja, hier ist das komplett in Deutsch. Das kennt ihr ja. Und da muss ich mir mal eben etwas suchen. Mal sehen, ob es Stiften ist. Ob ich mit dem Wort das schaffe. Nee. Den Eid der Jesuiten. Darauf will ich hinaus. Das ist jetzt aber hier natürlich der Eid. Ich plane eine komplette Übersetzung des Eides ins Deutsche und werde, wenn das dann getan ist, ein eigenes Video darüber herausbringen. Ja, okay. Ich dachte, das wäre hier drin. Dann muss ich doch mal eben gucken, ob ich den Schwur hier drin habe. Jesuiten Eid komplett. So, hier ist er. Das wollte ich euch zeigen, weil wir lesen hier, und ich hatte euch den ja vorgelesen, ich hatte ja zwei oder drei Teile von gemacht, was der Vorgesetzte spricht hier. Da sagt er, Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und des Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich im Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben und Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen. So, diesen Teil habe ich euch jetzt gerade eben vorgelesen. Warum? Ja, wenn die Jesuiten jetzt nach Deutschland kommen und da ihre Machtstellung ausbauen wollen, wie wir hier gerade eben gelesen haben, dass das bisherige freundschaftliche Zusammenleben zwischen Protestanten und Katholiken ein Ende nehmen muss, dann sehen wir, dass das eine hundertprozentige Umsetzung dessen ist, was in dem Eid der Jesuiten, also des Eides, den die Professen ja ablegen müssen, hier angeholt wird. Dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften zu säen und sie zu blutigen Taten zu animieren, die die Segnungen des Friedens genossen. Um das jetzt mal eben kurz abzukürzen. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist genau das, was der Griesinger hier beschreibt. Ja, es mussten vielmehr Bekehrungen im Großen erfolgen, wenn etwas Erkleckliches zustande gebracht werden sollte. Und um diese anzubahnen, musste man es vor allem dahin bringen, dass das bisherige freundschaftliche Zusammenleben von Protestanten und Katholiken ein Ende nehme. Also da, wo die Protestanten sowieso schon den Fehler begangen haben, dass sie Kompromisse eingegangen sind auf das Wort Gottes, weil ohne Kompromisse kann ich mit Katholiken gar nicht zusammenleben. Ich kann ja den Heiden, und das sind Katholiken ja, nicht erlauben, ihre Messen und alles zu halten, in meiner Umgebung damit bei. Ich muss mich absondern von denen. Haben sie aber nicht getan. Sie haben sich damit vermischt. So, und die Jesuiten machen jetzt Gebrauch von dem, was sie in ihrem Eid sagen, dass sie meinen, da müssen wir Zwietracht sehen, da müssen wir Revolutionen, Bürgerkriege anzetteln, weil die unabhängig und wohlhabend sind und weil sie die Segnung des Friedens genossen haben. Wir müssen hier den Krieg säen, weil die Protestanten und die Katholiken hier zusammenleben. Ein wunderbares Beispiel, wie man das an dem Eid der Jesuiten sehen kann, wie die das hier umsetzen. Der alte, seit einigen Dezennien zu Grabe getragene Glaubenshass war wieder anzufachen, und das Gespenst des religiösen Fanatismus durfte nicht länger in der Hölle, wohin man es gejagt, angekettet bleiben. Hatte man es aber so weit gebracht, hatte man die Katholiken erst zum Ingrimm aufgehetzt und besonders die Machthaber unter ihnen so wütend gemacht, dass sie nach der Vertilgung der Ketzerei lächzten. Dann durfte man das Visier öffnen. Dann war die Zeit zum gewaltsamen Bekehren gekommen, und dann durfte man auch hoffen, schließlich den Sieg zu erringen, dieweil ja das getreue Haus Habsburg die zwei mächtigsten Throne der Welt, Spanien und Österreich, mit einer Menge von Nebenprovinzen inne hatte. Über dem stand nicht auch das starke Bayern. Standen nicht die sämtlichen katholischen Kirchenfürsten auf seiner Seite? Und was noch höher angeschlagen werden musste, waren nicht die Protestanten unter sich in zwei Partien geteilt, die sich gegenseitig so anfeindeten, dass ihre große numerische Übermacht keineswegs eine wirklich reelle, sondern eher eine Papierne genannt werden konnte? Tja, hier haben wir es wieder, die Zwietracht, die gesät wird in den Protestanten. Auch schon damals war das hier aufgeteilt in, lass uns mal sagen, jetzt zum Beispiel Calvinisten und Lutheraner. Also wenn Calvin sagt, die Bibel und die Bibel alleine, und Luther sagt, die Bibel und die Bibel alleine, und beide haben sie eine Textus Receptus Bibel, eine masoretische Bibel, also eine Bibel, die auf den Originaltexten beruht, wieso kann dann Dazwietracht sein? Doch nur, weil es verschiedene Auslegungen gibt. Weil der eine meint, Dinge so auslegen zu müssen, und weil der andere meint, Dinge so auslegen zu müssen. Und weil, wie wir oftmals schon besprochen hatten, Martin Luther noch sehr, sehr viel römisch-katholisches Blut in seinen Adern hatte. Und bei Calvin wird das nicht anders gewesen sein. Ich will die beiden jetzt auch gar nicht irgendwie verurteilen für irgendwas. Aber die Kirchen, die sie im Grunde gegründet haben, die Lutheranische Kirche und die Calvinistische Kirche, in diesem Fall, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, die hätten ja eigentlich nicht nur am selben Strang ziehen müssen, sondern an diesem Strang auch noch in dieselbe Richtung ziehen müssen. Und das ist genau das Problem, was wir heute auch noch haben, oder was wir die letzten 300 Jahre im Grunde schon haben. diese Spaltung innerhalb der Protestanten. Warum gibt es Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Adventisten und was war eh nicht all der ganzen Kram? Warum gibt es diese ganzen sogenannten Denominationen, diese ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen, wenn sie doch alle im Grunde sagen von Sola Scriptura, die Bibel und die Bibel alleine. Also erstens, müssen sie sich dann auf eine Bibel einigen, um mit einer Stimme zu sprechen. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass sie sich dann auch wirklich anders halten müssen, was sie sagen. Und ich hatte den Punkt ja schon mehrmals angeholt, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Erzbischof von Reggio, Konzil von Trient, der den Protestanten ganz deutlich gemacht hat, dass sie nur im Grunde Rebellen sind. Und wenn die Protestanten hier schon die Vorlage geben, sich selber zu spalten, dann geben sie der römisch-katholischen Kirche und damit den Jesuiten natürlich eine Angriffsfläche. Und die sind natürlich nicht so dumm, das nicht zu nutzen, sondern die nutzen das. Und das ist das große zwischen Anführungszeichen Problem, sage ich jetzt mal. Jesus Christus hat gesagt, ein Haus, das in sich selbst gespalten ist, das kann nicht stehen. Und damit meinte ein natürlich die römisch-katholische Kirche. Aber der Protestantismus ist in der Hinsicht nicht viel anders. Ist ja auch gespalten in ihren Ansichten. Sonst bräuchte man diese ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen innerhalb des Protestantismus nicht. Dann würde man sagen, wir kehren zurück zur wahren apostolischen Kirche. Das ist die Kirche, die gepredigt wurde von den Aposteln. Von Petrus, von Paulus, von Jakobus, von Johannes. Das sind die am bekanntesten James auch noch, der Bruder von Jesus. Das sind wohl die bekanntesten Apostel, die das Neue Testament geschrieben haben. Lukas, nehmen wir den da mal mit bei, der ja auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Gehen wir zurück zu der Kirche. Nicht, was die römisch-katholische Kirche und der apostolische Kirche versteht, weil darunter versteht sie die Kirche von Petrus und zwar dem falschen Petrus, von dem sie meint, dass sie der Nachfolger ist. Also, versteht mich bitte richtig. Wenn ich von der apostolischen Kirche spreche, dann spreche ich von der Kirche, die sich in den ersten paar Kapiteln von des Buches der Apostelgeschichte an uns vorstellt. Und dann meine ich wirklich die Bibel und die Bibel alleine. Ich will gar nicht immer mal diesen lateinischen Spruch von Sola Scriptura verwenden, weil das ist ja lateinisch. Einfach nur die Bibel. Die Bibel und die Bibel alleine. Das muss der Felsen sein, auf dem wir stehen. Das Wort Gottes, das Wort von Jesus Christus. Auf Jesus Christus müssen wir bauen und auf nichts anderes. Alles andere wackelt. Aber da die Protestanten hier bereits wie der Autor erwähnt in verschiedene Klassen eingeteilt waren, zwei, weil da Zwietracht gesät war, ja, da ihre große numerische Übermacht keineswegs daher eine wirklich reelle war, sondern eher eine Papierne genannt werden konnte, weil sie eben Zwietracht hatten zwischen sich. So, da kann man sie natürlich leichter angreifen. Also fährt der Autor fort und sagt, sicherlich die große Spaltung der evangelischen Lutherkirche und Calvinisten, also ich habe es nicht vorher gelesen, ich sehe es jetzt hier, dass hier Calvinisten steht, also war ich mit Luther und Calvin gar nicht so verkehrt, musste der Katholizität von ungeheurem Vorteil sein. Denn wenn man den einmal bestehenden Hass nur recht anzuschüren oder wenigstens zu unterhalten wusste, so kam nie und nimmer eine Einigung unter den Ketzern zustande und dann hatten diese sich selbst um die Hälfte geschwächt. Das war der überaus kluge Kalkül, den die Jesuiten machten und die Ehre, ihn wenn nicht erfunden, doch wenigstens praktisch ausgebildet zu haben, gehört vor allen anderen jenem vortrefflichen Kopfe Peter Karnisius, dessen ich oben schon mehrmals gedachte. Auch schritt er so gleich zur Tat, obwohl nicht offen und gerade aus, sondern leise und heimlich, gleichsam mit Katzentritten. Es befand sich nämlich damals, als die Wirksamkeit des Jesuitenordens in Deutschland begann, fast aller Religionsunterricht in den Ländern der Protestanten und dieselben hielten sich hierin vorzüglich an den von Luther verfassten Katechismus der Katechismus von Luther habe ich euch immer gesagt, den werde ich auch lesen auf meinem Kanal und der ist halt zum großen Teil ja borgt der sich Dogmas aus der katholischen Kirche. Also von Luther verfassten Katechismus, welcher die Grundanschauungen des evangelischen Glaubens in kurzen klaren Zügen widerspiegelte. Ja, so sollte man denken, aber hier muss ich den Autor eben unterbrechen in der Lesung und muss sagen, nein, Luthers Katechismus zum Beispiel schließt das zweite Gebot aus, genauso wie der römisch-katholische Katechismus. Luthers Katechismus besteht aus zehn Geboten, weil auch bei ihm das normale zehnte Gebot in zwei Teile geteilt ist, nämlich in das neunte und das zehnte und somit das zweite weggelassen ist. Luther selbst propagiert noch Kindertaufe. Das ist absolut unbiblisch. Absolut unbiblisch. Luther spricht auch ständig noch von Sakramenten, auch in der protestantischen Kirche. Da gibt es keine Sakramente. Also, ich muss dem Autor hier ein wenig widersprechen, die Grundlagen von Luthers Kirche waren von vornherein so wackelig, dass sie irgendwann mal umfallen mussten. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen und ihrem Haus und draußen steht der große böse Wolf und pustet mal kräftig. Der pustet das Haus auch weg, wenn das nicht auf Stein gebaut ist, wenn das nicht ordentlich im Grunde verankert ist. Und Luthers Katechismus war nicht ordentlich in der Bibel verankert, das muss man leider so erkennen. Also fährt der Auto fort, jedermann, selbst der gewöhnlichste Laie konnte diesen Katechismus verstehen, das stimmt, und deshalb befand er sich auch in jeder Schule, fast sogar in jeder Familie. Ja, man durfte sich sogar mit Recht sagen, dass die große Verbreitung, deren der Protestantismus sich erfreute, zum nicht geringen Teil jenem populär geschriebenen Religionsbüchlein zuzuschreiben sei. Wie stand es nun aber in dieser Beziehung bei der katholischen Welt? Ach, sie besaß nichts der Art, auch nicht einmal etwas ähnliches, sondern der ganze Religionsunterricht beschränkte sich auf die äußerlichen Andachtsübungen, welche die Geistlichkeit vorschrieb, auf die Messen, die Credos, die Paternoster. Da kam Canisius auf den Gedanken, diesen offenkundigen Mangel dadurch abzuhelfen, dass er nach dem Muster des großen lutherischen Katechismus ein Handbuch der katholischen Glaubenslehren herausgebe und es erschien sofort im Jahre 1554 seine lateinisch geschriebene Summa Doctrinale 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 Christiane Das ist die Zusammenfassung der christlichen Lehre. Weil aber diese Summa ziemlich weitläufig abgefasst war, so veranstaltete er gleich darauf, nach Form des kleinen loterischen Katechismus, einen Auszug unter dem Titel Institutiones Christinae Pietates Soi Parvus Katechismus Katholicorum und sorgte auch zugleich für eine deutsche Übersetzung dieses kleinen katholischen Katechismus. Beide Schriften fanden sofort, weil sowohl Ferdinand I. von Österreich am 12. August 1554 als auch König Philipp II. von Spanien am 6. Dezember 1557 deren allgemeine Einführung in allen Schulen und Unterrichtsanstalten ihrer Staaten befahlen. Eine ungeheure Verbreitung und der beste Beweis hierfür ist, dass die Summa 130 Jahre nach ihrer erstmaligen Erscheinung bereits die 400. Auflage erlebte, während der kleine Katechismus um jene Zeit in fast keinem katholischen Hause bei dem Lande wie in der Stadt fehlte. Welcher Geist wehte nun aber in diesen Leersätzen der christlichen Frömmigkeit? Etwa der Geist des Christentums und der christlichen Liebe? Nein, oh nein, und dreimal nein! Es wehte darin vielmehr der Geist der Unduldsamkeit, der Geist des Glaubenshasses, der Geist des religiösen Fanatismus. Nur der war nach der Lehre von Canisi ein Christ, der den Papst als Christi Stellvertreter anerkannte. Der aber das nicht tat, verfiel den ewigen Höllenstrafen. Schon den bloßen Umgang mit Ketzern verdammte er als etwas höchst strafbares und der Ansteckung wegen noch obendrein gefährliches. Freundschaft mit Abtrünigen aber oder gar noch ehrliche Gemeinschaft mit ihnen führte unmittelbar zur Verdammnis und der gute Katholik sollte also jeden Protestanten wie einen Aussätzigen meiden. Ja, nicht bloß meiden sollte er ihn, sondern auch bekämpfen, gleich wie man das Böse zu bekämpfen hat und je gewaltiger man kämpfe, je mehr man dazu beitrage, das Ketzertum zu vernichten, umso herrlicher Strahle der Glorien scheinen, um das Haupt des geliebten Sohnes der allein selig machenden Kirche. So lehrte Karnesius und man kann also den Endzweck seines Religionshandbuches keinen anderen nennen als den Hass gegen die Katholischen unter den Katholischen zu verbreiten. Also Hass gegen den Alt Katholischen äh Hass gegen die Unkatholischen muss das dann wohl eher sein, gegen Katholischen zu verbreiten. Auch erreichte er diesen Zweck vollkommen, denn nie hat eine Drachensaat giftiger gewirkt als die seinige, indem die ganze heranwachsende katholische Jugend nunmehr im genannten Geiste des Glaubenshasses erzogen wurde. Den Hass gegen die Akatholischen ach das ist es unter den Katholischen zu verbreiten also Akatholischen ja ok wie Agnostiker oder Atheisten ok deswegen habe ich das gerade eben nicht gut gelesen also den Satz dann bitte eben nochmal so lehrte Karnesius und man kann also den Endzweck seines Religionshandbuches keinen anderen nennen als den Hass gegen die Akatholischen unter den Katholischen zu verbreiten doch wie nun der Glaubenshass Platz zu greifen begann musste ihm natürlich auch Gelegenheit gegeben werden sich zu äußern und die Jesuiten beschlossen deshalb bereits im Jahre 1570 mit willkürlicher Brechung des Religionsfriedens eine kleine Protestanten Hatz anzufangen dieses Hatz sollte gleichsam der Probierstein sein ob sich die Evangelischen dieselbe gefallen ließen ohne sofort zu den Waffen zu greifen und je nachdem die Probe ausfiel konnte man sofort zu größerem vorgehen oder aber geduldig noch eine Zeit lang temporisieren auch brauchte man sich nicht lange zu besinnen wo man die zu beginnende Tragödie spielen lassen wolle sondern die Gelegenheit bot sich sozusagen von selbst nämlich in der gefürsteten Abtei Fulda einem der kleinsten geistlichen Fürstentümer Deutschlands hier war zu Anfang des Jahres 1570 Balthasar von Dernbach einen protestantischen Glauben erzogener und erst später zum Katholizismus übergetretener Priester zum Abte gewählt worden und der berief sogleich nach seiner Installierung die Jesuiten an seinen kleinen Hof trotzdem er sich vor seinem Regierungsantritt eidlich hatte verpflichten müssen das Stift nicht mit fremden geistlichen Personen zu beschweren also er hatte sich eidlich verpflichten müssen dann hat er wahrscheinlich hier seinen geistigen Vorbehalt eingerufen die Söhne Loyolas kamen natürlich sogleich und fingen an sich häuslich einzurichten zugleich aber drangen sie auch in ihren Beschützer als Glaubensheld drangen sie auch in ihren Beschützer als Glaubensheld aufzutreten und seinen protestantischen Untertanen die nun schon seit mehreren Generationen als solche unbeanstandet gelebt hatten die fernere freie Religionsübung zu untersagen wo gibt es im römischen Katholizismus Religionsfreiheit nirgendwo der römische Katholizismus gestattet Glaubensfreiheit nur dann wenn er in der Unterzahl ist und hier fängt die katholische Kirche gerade an die Überzahl zu nehmen vor allen Dingen deswegen weil eben der Abt ja wohl eine Führungspersönlichkeit ist und man presst jetzt von oben nach unten herab den Katholizismus auf die protestantischen Leute in der in der Gegend von Fulda haben wir jetzt gerade eben gelesen da war das was gibt es da denn noch groß zu sagen was gibt es denn da noch groß zu zu fragen freie Religionsübung ist zu untersagen weil die Religionsfreiheit in römisch katholischen Gebieten nur dann zugestanden wird wenn der römische Katholizismus in der deutlichen Unterzahl ist hier meinte er in der Überzahl zu sein und zieht damit diese Freiheit wieder ein und das ist genau das was 100 Jahre später dann auch passierte in 1685 als der Sonnenkönig Ludwig der 14 in Frankreich das Edikt von Nantes wieder rufen hat 100 Jahre später aber immer dieselbe Geschichte die Religionsfreiheit die die Hugenotten durch den Edikt von Nantes hatten wurde durch Ludwig den 14 auch wieder widerrufen 1685 wenn ich mich nicht irre also Balthasar Selotic wie alle Konvertiten ging sogleich darauf ein und verjagte nicht bloß die paar evangelischen Pfarrer seines Sprengels sondern überwies auch deren Kirchen den Jesuiten um von nun an darin Gottesdienst zu halten dieses gewalttätige Vorgehen des Abtes machte natürlich einen ungeheuren Rumor in Deutschland und die angesehensten evangelischen Stände nahmen sich der armen unterdrückten an indem sie ihren Dränger schrieben dass er die Jesuiten entfernen und seine Gewaltmaßregeln aufgeben solle umgekehrt aber fand er den reichlichsten Beifall beim Papste sowie den Römlingen auf deutschem Grund und Boden und obwohl Albrecht der Fünfte von Bayern als Erzherzog Ferdinand von Österreichs Tirol sagten ihm die tatkräftigste Unterstützung zu endlich wandten sich beide Parteien an den Kaiser und da zu jener Zeit Maximilian der Zweite diese Würde inne hatte so ließ sich erwarten dass strenge Gerechtigkeit werde geübt werden doch kam es nicht bis zum kaiserlichen Urteil Spruch denn das Stiftskapitel von Fulda welches über die Berufung der Jesuiten ebenfalls im höchsten Grade erbost war zwang Herrn Balthasar unter Beihilfe der Verbündeten Ritterschaft von Hessen im Juni 1576 zur Abdankung und übertrug die Administration der Erbtei dem Bischof Julius von Würzburg welcher dem Unwesen durch Entfernung der Jesuiten ein Ende machte und hier lesen wir kurz die Fußnote dazu in der wir lesen übrigens nicht auf lange wie ich gleich jetzt bemerken will also nicht auf lange Zeit wie ich gleich jetzt bemerken will nach langem Streit und Kampf wurde nämlich der abgesetzte Abt im Jahre 1602 unter Kaiser Rudolf II. resituiert also wieder eingesetzt und nun rief er sogleich seine geliebten Jesuiten wieder herbei auch gelang es ihm dann mit ihrer Höfe sein ganzes Ländchen zum Katholizismus zurückzuführen und er erhielt eigens deshalb ein Danksagungsschreiben des Antichristen Papst Clemens VIII. Tja hat nicht lang gedauert ne weil es nun aber gleich von vornherein als unzweifelhaft erschien dass die Protestanten wegen der Vorgänge im Fuldalschen nicht zu den Waffen greifen würden hielten es die Söhne Loyolas für passend in einigen anderen Krummstabsterritorien dasselbe Spiel zu beginnen und sie wählten sich hierzu das Erzbistum Mainz in diesen nämlich hatte sich der Protestantismus nach und nach so eingebürgert dass manche Dörfer und Städter unter den letzten besonders Duderstadt und Heiligenstadt nur noch wenige katholische Familien zählten und man erlebte daher das merkwürdige Schauspiel Lutherische Pfarrer von einem katholischen Patronatsherren eingesetzt zu sehen niemand nahm übrigens hier Anschluss daran und die Bürger beider Konfessionen lebten verschiedene Dezennien lang ganz einträchtlich beieinander das sollte aber mit dem Regierungsantritt des Erzbischofs Daniel anders werden denn dieser nahm den Jesuiten Ludwig Bacharel zum Beichtvater an und über dem gewann noch Pater Treus der Provinzial der Jesuitischen Provinz Niederrhein den größten Einfluss auf ihn Daniel erklärte sich also auf Bacharels und Treus Andrängen bereit sein ganzes Erzbistum von der Ketzerei zu reinigen und da letztere besonders auf den sogenannten Eichsfeld zu Hause war so ernannte er zum Oberamtmann dieses Distrikts einen gewissen Leopold von Strahlendorf welchen der Jesuit Lambert Auer vom Protestantismus zur alleinselig machenden Kirche bekehrt hatte alleinselig machende Kirche ja so kann man die römisch-katholische Kirche auch umschreiben mit römisch-katholischen Worten natürlich denn konnte man nun einen Mann nach den Herzen des Ordens Jesu nennen und seinem Eifer wäre noch mehr gelungen als die Austreibung der protestantischen Pfarrer aus allen Dörfern seines Bezirks stand ja doch stets eine bewaffnete Rotte zu seiner Disposition welche mit etwaigen widerspenstigen kurzes Federlesen machte und durfte er doch sicher sein dass alle seine Maßregeln selbst die härtesten die Billigung seines Oberherren oder vielmehr der Jesuiten als der Beherrscher des Oberherren erhalten würden nur allein die Duderstädter weigerten sich entschieden ihre Hauptkirche den Jesuiten für den katholischen Kultus zu überlassen und erklärten Gewalt mit Gewalt vertreiben zu wollen was tat nun der Erzbischof auf Strahlendorfs und seines Beichtvaters Rat Er verbot allen seinen Untertanen im April 1576 ferner hin Bier aus der widerständigen Stadt zu beziehen und schnitt damit dieser eine Hauptnahrungsquelle ab über den belegte er alle städtischen Einkünfte auf den benachbarten Dörfern mit Beschlag und nötigte die Bürger auf diese Weise endlich nach dreijährigem Widerstande im Juli 1579 zum Nachgeben Im Erzbistume Mainz gelang also den Jesuiten die Unterdrückung des Ketzertums ohne allzu viel Mühe und dies ermutigte sie in den Bistümern Trier und Worms auf dieselbe Weise zu verfahren Auch ging ihnen hier ebenfalls alles oder wenigstens das meiste nach Wunsch und der Mut schwoll ihnen deshalb zu immer größeren Dimensionen an Doch hätten sie es wohl nie gewagt in der allernächsten Zeit schon mit noch eklatanteren Frechheit dem Protestantismus gegenüber aufzutreten wenn sich nicht eben jetzt ein besonderer Fall ereignet hätte der ihnen zeigte dass sie ohne Furcht vor diesen ihnen numerisch sogar sehr überlegenen Gegnern alles wagen dürften auch das verwegenste und dieser besondere Fall war der berühmte Abfall des Erzbischofs Gebhardt von Köln vom katholischen Glauben der Abfall des Erzbischofs Gebhardt von Köln vom katholischen Glauben Jetzt wird's wohl interessant Gebhardt entsprossen aus dem berühmten Hause der Truch Fessen von Waldburg hatte sich um die Geschichte mit wenigen Worten zu erzählen wer sie weitläufiger und in all ihren Details wissen will mag Wirz oder anderen Historikers Geschichte der Deutschen darüber nachlesen mit vieler Mühe weil Herzog Krust von Bayern damals Dompropst sein Mitbewerber war anno 1570 zum Erzbischof emporgeschwungen und fasste kurz nach seiner Erhebung eine so glühende Leidenschaft zu der schönen Gräfin Agnes von Mansfeld dass er nicht mehr ohne sie leben konnte Was nun tun Abdanken wie sein Vorgänger Salentin zu Isenburg der mit Bewilligung des Papstes in den Laienstand zurück trat um zu heiraten Abdanken und wieder ein armer Graf werden statt eines Reichs und Kurfürsten mit fast königlichem Ansehen und Einkommen Nein das wäre zu viel gefordert gewesen und somit entschloss sich Gebhard zu einem anderen Ausweg Er trat nämlich anno 1782 offen zum Protestantismus über und heiratete seine geliebte Agnes Das Erzbistum Köln trat er aber deswegen noch nicht ab sondern fuhr vielmehr fort dasselbe wie bisher zu regieren mit der offen ausgesprochenen Absicht ein weltliches erbliches Kurfürstentum daraus zu machen Bei diesem seinem kühnen Unterfangen rechnete er natürlich auf die Unterstützung der großen protestantischen Partei in Deutschland denn diese hatte das größte Interesse dabei wenn es einen katholischen Kurhut weniger im Reiche gab und überdies ließ sich mit Bestimmtheit voraussehen dass die meisten Einwohner des Erzbistums dem Beispiele ihres Gebieters folgend zum evangelischen Glauben übertreten würden welcher gewinn also für die protestantische Sache und zugleich welcher Schlag für den Katholizismus wenn Gebhardt sein Vorhaben durchsetzte wenn das ist die Frage man stelle sich das vor Köln protestantisch könnt ihr euch das vorstellen das erste was passieren müsste wäre diesen Kölner Dom einzureisen diese Gräulichkeit alle Freunde Roms fährt der Autor fort vor allen die Jesuiten erfasste also Schrecken und Grimm zugleich und Eilboten gingen sofort nach Italien ab um den Antichristen Papst Gregor den 13 zu bestimmen dass er augenblicklich seinen Bannfluch auf den abtrünnigen Kirchenfürsten schleudere also Exkommunikation dies geschah und sogar noch mehr denn Gregor exkommunizierte nicht nur Gerhard sondern sprach auch den Rechten der Deutschen damit ins Gesicht schlagend dessen Absetzung als Kurfürst aus nun schritt das Domkapitel das sich außerhalb Kölns sammelte anno 1583 zu einer neuen Wahl und daraus ging Herzog Ernst von Bayern hervor dieser aber brachte sofort weil Gebhardt freiwillig nicht wich sondern es offenbar aufs Äußerste ankommen lassen wollte ein mächtiges Heer auf die Beine wobei ihm seine Brüder und Vättern sowie viele andere katholische hohe Herren auf das Drängen der Jesuiten mit Geld und Mannschaft an die Hand gingen und schickte sich an das Erzbistum mit Gewalt zu erobern was geschah was geschah nun von Seiten der protestantischen Fürsten sie sahen dass die ganze papstfreundliche Welt Deutschlands sich für Ernst von Bayern beteiligte und es konnte ihnen also nicht entgehen dass Gebhardt wenn man ihm nicht kräftigen Beistand leiste notwendig unterliegen müsste nicht minder hätten sie blind gewesen sein müssen wenn ihnen die großen Vorteile welche der Sieggeparts der protestantischen Kirche in Aussicht stellte entgangen wären und somit zweifelte kein Vernünftiger auf der Welt dass sie den katholischen Heere ein protestantisches entgegenstellen würden allein wie ganz anders kam es in der Wirklichkeit der arme Gebhardt hatte nämlich nicht die Lehre Luthers sondern die Calvins ergriffen und kaum wurde dieses Faktum unter den lutherischen Fürsten bekannt so zogen sie sich gänzlich von ihm zurück ha hassten sie ja doch in ihrer geistigen Beschränkheit den Calvinismus ärger als die papistischen oder gar türkischen Gräuel wie hätten sie es also über sich bringen können einen Anhänger jener Glaubensform zu unterstützen darum Gebhardt mochte bitten und flehen solange er wollte er mochte selbst das Versprechen ablegen alle seine Untertanen dem Luthertum zuwenden zu wollen nichts konnte den Glaubenshass der Herzoge von Sachsen von Brandenburg und wie sie alle hießen brechen und sie sahen mit größtem Gleichmute ja sogar mit hohem zu wie der Mittelsbacher weiter immer weiter vordrang es war dies eine mehr als fierche Dummheit Belluina stupiditas schreibt ein Zeitgenosse der Lutherischen Historiker Gualteros also der Zeitgenosse der Schweizerische Historiker Gualteros allein die Engherzigkeit der Lutherischen Fürsten sah dies selbst dann nicht ein als Gebhardt nach Verlust seiner letzten Festung in Bonn sich anno 1584 genötigt sah nach Holland zu flüchten und der neue Erzbischof Ernst alle seine inzwischen protestantisch gewordenen Untertanen mit Gewalt zum Katholizismus zurückführte tja konvertiere oder stirb das wurde hier zugepasst also seht ihr den Kommentar den ich vorhin gemacht hatte über Calvinismus und Lutheranismus und dass die zwei sich eben nicht verstehen wegen unterschiedlicher Auslegung der Lehre der Bibel ist hier dem Protestantismus einmal zum Verhängnis geworden und das ist sicherlich das einzige Beispiel wo das der Fall war diese Spaltung dass beide sagen die Bibel und die Bibel alleine ja aber Auslegung so oder Auslegung so und dass sie deswegen nicht zusammenkommen können das ist der Triumph von Rom das ist der Triumph von Rom wie heißt das so schön wenn zwei sich streiten freut sich der Dritte und wenn meine Feinde sich gegenseitig zerfleischen dann bin ich der lachende Dritte wenn ich der Papst sage ich jetzt mal so den Lutheranismus als Feind habe auf der einen Seite und den Calvinismus als Feind habe auf der anderen Seite und es gelingt mir die beiden gegeneinander aufzuhetzen dass die sich zerfleischen wer gewinnt denn dann der Papst der zweckheiligt die Mittel und und ganz wichtig was sehen wir hier hier sehen wir wieder den Neid und Hass in Gemeinschaften zu sehen die die Segnungen des Friedens genossen ja nur weil sie sich unterschieden unterscheiden mit Entschuldigung mit Calvinismus und Lutheranismus gibt das den Katholiken hier gleich die Möglichkeit aber volle Pulle Krieg zu führen und sie so weit zu entzweien dass sie es schaffen einen katholischen Erzbischof an die Stelle zu setzen den zum Calvinismus bekehrten Gepard aus Deutschland zu jagen dass der Exil in Holland sucht und dass der Katholizismus jetzt mit Gewalt die protestantischen Untertanen zum Katholizismus zurückführt also mit anderen Worten das Messer auf die Kehle setzt und sagt konvertiere oder stirbt die Katholiken aber und insbesondere die Jesuiten wie jubelten diese und mit welcher herzsinnigen Geringschätzung sahen sie nicht auf die Querköpfe von Lutheran Herab deren Verblendung Zerrissenheit und Schwäche nun recht offen vor jedermanns Augen lag die natürliche Folge dieses großen in Köln erworbenen Sieges war die dass nun die sämtliche zunächst vakant werdenden Bischofssitze mit lauter Männern jesuitischen Sinnes besetzt wurden wie zum Beispiel namentlich Freisingen Hildesheim Lüttich Stablo Münster Osnabrück Minden und Paterborn Lüttich meine lieben Freunde das gehörte damals zu Deutschland das liegt heute 60 Kilometer oder 40 Kilometer weit weg von der Grenze in Belgien das wusste ich auch nicht dass das mal Deutschland war Stablo Münster Osnabrück Minden und Paterborn ja erstere fünf also Freisingen Hildesheim Lüttich Stablo und Münster Stablo und Münster ja vereinigte der genannte Ernst von Bayern der Erzbischof von Köln alle in seiner Hand und man kann sich denken wie dieser von den Söhnen Loyolas durchaus beherrschte ach schon wieder ist die Seite hier nicht gut beherrschte total kraft und geistlose Wüstling das Regiment da selbst führte wir gehen auch hier kurz in eine Fußnote die da besagt der Beweis für diese Behauptung kann nachgelesen werden in Arendtins Geschichte Maximilians des Ersten in welcher die Erbärmlichkeit Ernsts und seine verkommene Sittenlosigkeit urkundlich belegt wird in den anderen drei geistlichen Fürstentümern aber ging es um kein Haarbreit Anders sondern die Jesuiten hatten vollkommen freies Spiel und konnten mit ihrem Bekehrungswerk vorwärts schreiten ohne dass ihnen von oben herab das geringste Hindernis in den Weg gelegt worden wäre auch gelang es ihnen in der Tat alle evangelischen dieser Territorien selbst da wo diese weit aus die Mehrheit bildeten in verhältnismäßig ganz kurzer Zeit zum römischen Katholizismus zurückzuführen und man wäre versucht sie wegen solch großartiger Resultate aufzustaunen wenn nicht die Mittel und Wege deren sie sich bedienten uns augenblicklich den Nimbus nehmen würden am besten ist es wohl die Sache durch ein Beispiel klar zu machen und als solches mag uns der Bischofssitz Paderborn dienen hier hatte der Protestantismus schon sehr früh tiefe Wurzeln geschlagen und als im Jahre 1585 der Jesuiten Freund Theodor von Fürstenberg auf den Thron wenn man so sagen darf erhoben wurde gehörte sowohl auf dem Lande als auch in der Hauptstadt kaum noch der zehnte Teil der Einwohnerschaft dem alten also katholischen Glauben an infolgedessen huldigte die ganze Obrigkeit welche vom Volke erwählt wurde dem Ketzertum also Protestantismus und der regierende Herr musste sich also wohl hüten irgendeinen Befehl zu erteilen welcher antiprotestantisch klang denn in einem solchen Fall hätte man ihm nicht nur nicht gehorcht sondern hätte ihn auch noch gehöhnt und mit Verachtung gestraft und vielleicht sogar verfolgter demgemäß sagten sich auch die Söhne Loyolas als sie mit Theodor von Fürstenberg in sein kleines Reich einzogen und von ihm die nötigen Lokalitäten und Geldmittel zur Errichtung eines Kollegiums bekamen sogleich dass hier für den Anfang wenigstens mit dem bei ihnen sonst so beliebten Mittel der Gewalt nichts auszurichten sei sondern dass der Dürre Acker so nannten sie das Paderbornsche Gebiet vielmehr vorher gut gedüngt werden müsse ehe man mit der Pflugschar darüber hinfahren könne die protestantischen Fürsten und Stände waren allerdings wie der Vorgang in Köln hinlänglich gezeigt hatte nicht zu fürchten aber die Paderborner selbst konnten sie sich nicht empören und am Ende den Bischof nötigen entweder abzudanken oder den Loyoliten den Laufpass zu geben die Klugheit gebot also die Leute vorher in ihrem protestantischen Glauben wankend zu machen ehe man ihnen den katholischen Anbot und um dies bewerkstelligen zu können durfte man nicht mit den Fäusten dreinschlagen im Gegenteil man musste subtil auftreten so subtil bescheiden und demütig als ob man nicht fünfe zählen könnte man musste sich wie ein unschuldiges Kind hinstellen um das Zutrauen der Leute zu gewinnen man musste einen Heiligen Schein um den Kopf winden um den Katholizismus dadurch das Ansehen eines des Allein Seligmachens zu geben also taten denn auch die Söhne Loyolas und zwar mit einer Geduld und einer Ausdauer die wirklich bewundernswert ist sie hatten aber auch einen äußerst schwierigen Stand denn die Paderborner empfingen sie nicht nur mit tiefstem Misstrauen sondern sogar mit dem grimmigsten Hasse und es fehlte wenig dass man sie nicht mit Steinwürfen verfolgte wenn sie sich nur auf der Straße zeigten viele lebten sogar der Überzeugung die frommen Patres seien keine Menschen von Fleisch und Blut wie die übrigen Lebenden sondern vielmehr Dämonen welche die Hölle ausgespiehen und die Frauen insbesondere erschreckten ihre kleinen Kinder mit dem Namen der Schwarzen Brüderschaft Nun da kann ich nicht anders als mal einen kleinen Kommentar zu geben viele lebten sogar der Überzeugung die frommen Patres seien keine Menschen von Fleisch und Blut wie die übrigen Lebenden sondern vielmehr Dämonen jetzt müssen wir doch mal eben überlegen wir sprechen hier von den Jesuiten die in ihrer Ausbildung durch die spirituellen Übungen sich von Dämonen besessen lassen so verkehrt waren die Leute damals nicht natürlich waren es Menschen aus Fleisch und Blut äußerlich aber innerlich waren diese von gefallenen Engeln von den Dämonen besessen innerlich haben diese die Agenda des Antichristen und die Agenda des Satans herumgetrieben in den Städten und in den Ländern wo sie sich rumtrieben diese schwarze Brüderschaft wie die Leute hier vermuten oder zu der Überzeugung kam dass die Patris keine Menschen waren sondern vielmehr Dämonen welche die Hölle ausspielen diese Vermutung ist rechtens diese Überzeugung ist rechtens und sie wird uns bestätigt dadurch dass wir verstehen wie die Jesuiten ausgebildet wurden ihr Leben lang ihr Leben lang Kadaver gehorsam keine eigene Meinung haben sich wie eine Leiche von seinem Vorgesetzten befehlen lassen das geht nur mit Hilfe von Dämonen Besetzung oder Besetzung wie man das auch nennt nach und nach aber änderten sich diese Ansichten und Stimmung komischerweise Ach die Herren Patris benahmen sich so harmlos sie benahmen sich so liebenswürdig so herzensgut dass es in der Tat ein Verbrechen gewesen wäre noch fernerhin schlimm von diesen Engeln zu denken von freien Stücken und ohne eine Belohnung dafür zu verlangen standen sie den Kranken bei ja sie verpflegten sie nicht bloß sondern lieferten ihnen sogar Speise und Trank wenn es nötig war von freien Stücken und ohne eine Belohnung dafür zu nehmen unterrichteten sie die Jugend ja sie unterrichteten dieselbe nicht nur sondern sie reichten dem Bedürftigen sogar Aufenthalt und Kleidung und nahmen damit den weniger bemittelten Familienvätern einen schweren Stein vom Herzen dazu kamen dann noch die wunderschöne Prozession welche die Herren Patris von Zeit zu Zeit veranstalteten so wie überhaupt das Schaugepränge und der Pomp und der Glanz bei ihrem Gottesdienste durch den sie das Auge selbst des eifrigsten Katholiken bestachen endlich aber und zuletzt mussten auch sie die Leichtgläubigkeit der Menge besonders der Weiber aufs Schlaueste zu belützen und von der Zeit an dass einmal eine Frau die sich bisher als eine ihrer schlimmsten Feinden erwiesen hatte eine Missgeburt zur Welt brachte ein Ereignis das sie natürlich als eine Strafe des Himmels hinstellten wagte es keine Tochter Evas mehr ihnen entgegen zu arbeiten kurz sie wussten die Palaborner nach und nach so sehr umzustimmen dass sie nach einem Zeitraum von weniger als elf Jahren nicht mehr von allzu vielen gehasst wurden und über dem war es ihnen in dieser Zeit gelungen nicht weniger als 750 Proselyten zu machen nun aber nachdem sie so weit gekommen waren düngte ihnen der Boden gedüngt genug um wie ich oben sagte mit der Pflugschar darüber hinzufahren und somit zogen sie die Schafskleider aus um dagegen ihre wahre Tracht die Wolfspelze herauszukehren mit anderen Worten sie drängten ihren Beschützer den regierenden Fürstbischof als Belehrungswerk durch Gewaltmaßregeln zu fördern und Theodor von Fürstenberg entsprach natürlich ihrem Willen in allen Stücken somit ließ er anno 1596 das Gebot ergehen dass alle protestantischen Landpfarrer entweder zum Katholizismus zurückzukehren oder das Land zu verlassen hätten und zwar sofort ohne irgendwelchen Aufschub wer aber nicht gehorchte der wurde so lange bei Wasser und Brot eingesperrt bis er hinlänglich mürbe geworden war Natürlich wurden zu gleicher Zeit auch die sämtlichen protestantischen Kirchen den Jesuiten übergeben und diese versuchten es nur mit allen Kräften der Überredung den Leuten den alten also katholischen Glauben einzutrichtern Bei vielen ging es aber bei weitem die Mehrzahl widerstand hartnäckig und nach sechsjährigen Abmühen mussten sie sich die Söhne Loyolas gestehen dass sie mit den bisherigen Mitteln nicht zum Ziele gelangen würden somit griff jetzt der Bischof auf ihren Rat zu einer anderen Maßregel welche etwas durchgreifenderer Natur war zu der Maßregel nämlich dass er seinen sämtlichen evangelischen Untertanen nur die Wahl ließ entweder das Land zu verlassen oder katholisch zu werden auch blieb es nicht beim bloßen Befehl sondern er hatte schon zum Voraus eine gehörige Anzahl von Truppen aufgestellt mit denen die Jesuiten den bischöflichen Worten Nachdruck zu geben wussten wie nahmen nun aber die Bürger der Stadt und Land diese furchtbar grausame Verfügung auf ein Teil fügte sich und wurde entweder katholisch oder wanderte in die benachbarten Länder aus ein anderer Teil jedoch verlor die bisher beobachtete streng gesetzte gesetzmäßige Haltung und stürmte in seiner Wut gegen das jesuitische Kollegium an drohend dessen insassen insgesamt zum tode zu überliefern das war aber ein arger fehler der nunmehr schrieende jesuiten und überzeugten den bischof dass er in seinem vollsten rechte sei wenn er mit diesen aufwieglern kurzes fehlerlesen machte es kam also zum kampfe und in diesen unterlagen die in den waffen ungeübten bürger die noch zudem niemanden hatten der im stande gewesen wäre das steuerruder im sturm zu lenken kurz die rebellion wurde unterdrückt und das ende vom liede war dass im jahre 1604 die sämtlichen paderborner ihrem landsherren unter abschwörung des protestantismus von neuem huldigten hiermit kommen wir zum ende unserer heutigen lesung konvertiere oder stirb ziehe weg oder werde katholisch my way or the highway sagt der katholizismus und jeder der das gerade eben gelesene gehört und verstanden hat und dann noch Freundschaft mit dem katholischen Glauben schließen kann kann man schwierig einen Christen nennen diese katholische gewalttätige Vergangenheit in Deutschland nach Anfang der Reformation zum Ende des 16. und Beginn des 17. Jahrhunderts hin muss den Leuten mal deutlich werden und dann müssen sie begreifen dass die römisch-katholische Kirche Semper Eadem immer dieselbe ist das was sie damals war das ist sie auch heute noch und nur dann kann man sich besinnen auf Jesus Christus und kann dazu kommen dass man sagt bete für diejenigen die dich verfolgen und die dich hassen liebe deinen Nächsten wie dich selbst versuche die Leute mit dem Wort zu bekehren versuche es nicht mit Gewalt weil die Gewalt die führt der Antichrist schon in seiner Hand und man kann Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen und man kann schon gar nicht Gewalt bekämpfen wenn man ein Bibelgläubiger Jesus folgender Christus das geht nicht aber lasst uns wie in Epheser Kapitel 6 Verse 10 bis 18 beschrieben steht den ganzen Harnas von Gott anziehen zu dem Streite dem geistlichen Streite rüstet euch für den kommenden Kampf den geistigen Kampf ich spreche nicht von Waffen ich spreche nicht von Schwertel Pistolen Gewehren oder irgendwelchen anderen Menschen Schaden zufügenden Waffen ich spreche von dem Harnas Gottes wie er in Epheser Kapitel 6 Verse 10 bis 18 beschrieben steht den müssen wir anziehen um dem was kommt widerstehen zu können denn das was wir hier gerade von Paderborn gelesen haben wird sich auf großer Schale in Deutschland in Europa in der Welt wiederholen wenn es dazu kommt dass die alte Weltordnung mit Gewalt wiederhergestellt werden soll dann haben wir nur das Wort Gottes auf dem wir stehen können und dann ist es egal ob man sich Calvinist nennt oder Lutheran nennt oder Methodist oder Adventist oder was auch immer dann zählt nur eins die Bibel und die Bibel alleine und sonst gar nix Maranatha mit her Ton war Untertitelung des ZDF, 2020